Achso, da muss er noch Hahn in die Schüssel drücken, das geht auch. Oh, sogar Geschädlichkeitslevel gestiegen. Das ist ja super. Aber hat die Geschädlichkeit sogar soeben Level 8 erreicht. Na, das ist ja super. Oh, 1000! Und 300, und immer noch 300. Oh, Alter. Oh, je, Quaschbecken verbessert. Das Gefühl stolz eigentlich nicht, ein Gegenstand repariert zu haben und vergessen zu bleiben. So, dann gehen wir mal pennen, Alter. Sonst hältst du mich noch vom Stuhl. Ah, 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 ah. Wegen Fall vom Stuhl. Naja. Hast du dir noch die Hände gewaschen? Mann, ist der rein, nicht? Naja. Oh, die pennen beide. Rex müsste schon wach sein, genau. Was? Herumrennen. Boah, kann er danach mal machen, weil Lizzie pennt ja noch, also. Jetzt muss noch, jetzt mal was flug an. Na, jetzt sind die beide, weil, das sind nur die Wuffis wach. Das ist ein bisschen blöd, aber. Was soll man machen, weil ich sie wieder auch wach. Mutti jagen, nee. Haber jagen, auch nicht. Naja, die ist ja verspielt jetzt, ne. Kann man ja verstehen, ne. Dem Rex geht's ja eigentlich ganz gut, ganz gut. Kann er ja eigentlich mal rumrennen, einfach. Na, da hat er wenigstens mal ne Schiefman wieder. Aber sonst hat er ja nix. Nö. Hab ich auch noch nie gesehen, wie die halt so, wie die rumrennen. Das war's schon? Da rennt ja sie quer durchs Haus. Das ist ja blöd. Naja. Ach, Lizzie ist auch wach. Ich kann dann auch mal. Ja, wo dann? Jetzt erstmal nicht, aber. Ja. Na, wenn die Wofis nur wach sind, ist das ja ein bisschen blöd, ne. Kann ja auch ein bisschen. Quasi beschleunigen, ne. Mutti wird ja auch bald wach. Ähm, hallo? Hier rum, 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 rum eideln, ja. Das ist, ja. Ist ein Traum. Wir können dann beide wieder ein bisschen interagieren. Ähm, boah. Was? Fernsehen. Ne. Ja. Wahrscheinlich noch RTL gucken oder wat. Dit gibt's hier nicht. Rumblödeln. Nach dem rumblödeln, kann ich mal anschmieden, dann beschlüffeln und dann, so. Wenn du dir das mal lassen kannst. Jo. Ich penne noch, hab aber ziemlich riesigen Hunger. Die wird gleich, die wird gleich wach. Dependent noch. Und wo das gleich wach. Und wo das ist, wird wahr. Ne. Jo. 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 ja dann kannst du mal was essen einfach ja so ein frühstücksspaghetti das ist ja hat der noch irgendwelche wünsche in der nacht gekriegt auch bauchgröme die blöde immer noch oben bin ich auch bald wach wenn ich dann wach bin kann ich dann auch mal was futtern spaghetti wäre auch super eigentlich so ein fruchtzeug kenne ich ja nicht die müssten beide aber die muss erst mal was futtern habe ich nämlich vergessen und dings kann er hier machen der doch keine wünsche gerade was eigentlich ein bisschen blöd ist da können sie ja wieder ein bisschen zu oben einfach der schwul muss kommt in der stunde alter was beeil dich jetzt geht es mal hungrig zur schule meine fresse gibt es doch nicht kaum nicht in der schule verhungern das muss ja nicht sein na gut so geht es mir ja auch gerade aber da ja schon immer kennenlernen ja so schmatz hergegeben hat keine zeit gerade napf hüllen komm mutter es nachher machen holala oh ließ dich das aufgegessen joa gut die hatte haarendrang noch nicht so ne spielen hm 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 sumo da ist dann kannst du ja mal wieder auffüllen ne auf jeden fall briefkasten ist da noch was irgendwo nö super tuning mundi müsste doch auch noch dings haben ne 13.000 alter �� jardiren wütik was die auch für fünf bens hat LER cừztruppe nö 13.000 alter 10.000 rupi bucheladen rabatt Wäre eigentlich super, wie ein Kochbücher eigentlich. Kann man ja mal machen. Kannst du mich schon kochen lernen, bei der so ein paar Rezepte und so. Ich will mal wissen, was man hier alles kochen kann eigentlich. Ja, den hast du schon gegessen. Ja, gut. Wollte ich schon sagen, Alter. Jo, Bruder, was hast du jetzt noch? Hygiene. Geh mal duschen. Den geh mal duschen. Was soll ich frei? Nee, ne? Was? Bitte was? Warum hat die denn so viel frei? Das muss ich mir mal angucken. Das glaube ich jetzt nicht. What? Die muss ja nur am Wochenende jetzt arbeiten. What the fuck? Ja, natürlich. Was machen die denn? Oh, jetzt komme ich hier gar nicht mehr klar. Was? Blödeln die immer noch rum? Die rennen hier quer ums, quer ums, über das Gelände und ums Haus und bei... Alter, wie... Ich weiß gar nicht was. Joa, ähm... Bett machen, ja. Das kann er ja gerne machen, aber... Danach erstmal die Dusche reparieren. Handwerker rufen, Alter. Der hat... Fähigkeitsstufe Level 8, Mann. Nix hier mit Handwerker rufen. Der kann erstmal das Gemälde... Hat er schon verkauft oder hast... Ach ja, gemalt hat er es ja schon, ne? Ja, danach kann er mal... Malen mit... Mittelgroß. So. Zeit hat er ja genug. Joa, Mollers, was machst du denn jetzt? Harn drang. Dann gehst du da mal auf Klo, ne? Weil der... Eidel da ja rum, ne? Eigentlich wär da ne Tür auch wieder nicht schlecht, ne? Weil dann kann man da... Alter, geht das schnell. Und jetzt... Ja, okay. Daumenschug, ja. Kennen wir ja alles. Wieso schlägt der sich noch mit Level 9... Äh, 8 auf den Daumen? Was geht? Oh, dann kannst du mal die Fütze aufwischen. Hier hin joggen. Was ist denn von Jockey denn? Hab ich was verpasst? Äh. Wo sind die denn? Ach da. Uah! Dann mach das mal hier hin. Du auch? Dann geht das schon. Heb dein Sternbein. Genau, Sternbein. Spielen. Rumlödeln. Genau. Beste Freunde im Falschungsschul werden. Genau. Das wäre auch super. Zwischen 1000, ne? Ne, 750. Wäre aber auch super. So. Nur die Mutti. Was können die noch? Ach, die kann auch noch Fernseh gucken. Bisschen kochen lernen einfach. Ach, die muss ja heute nicht arbeiten. Das ist... Boah. Was die jetzt an Freizeit hat. Das ist ja unnormal. Joah. Fernsehen. Gucken. Einfach. Was die an Freizeit hat jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit der machen soll jetzt. Die kann ja noch einen Job annehmen. Bis danach geht. Boah, da müsstest du drei Tage freikriegen, ne? Weil das... Ich... Keine Ahnung, was ich mit der noch machen soll, also... Das ist mir... Bisschen... Joah. Hm. Die arbeitet ja nur am Wochenende. Tächtel-Mächtel mit Papa. Joah. Das kann man machen. Woah. Der hat Hunger. Ähm. Reste... Furtperfekt essen. Ja. Mach das. Danach kannst du weiter machen. Ähm. Spiel mit Mutti spielen. Nee. Ich kann Bett spielen. Tächtel-Mächtel und so. Iiii. Malerei perfektionieren. Das ist super. Fütze aufwischen. Welche Fütze? Die ist doch schon weg. Die ist doch schon weg. Werden die aufgewischt. Hm. Naja. Äh. Was siehst du gleich? Dings... Guckt ihr das Fernsehen? Fernsehen. Kannst du auch mal machen. Die guckt jetzt Fernsehen. Das ist ja super. Lizzie lernt jetzt auch erstmal kochen. Das äh... Ja. Wenn ich die mal sehen würde. Da. Ja. So. Die. Ne Fernsehgucken die Lizzie. Rechts da jetzt. Zerstörung. Der kann da noch ein bisschen... So. Und der kann auch mal was futtern, ja? Danach. Ja. Ähm. Ach. Geschirr wegräumen. Das ist ja super. Vor allem so, wenn man so einen wie... Wie der Power-Fall-Funk-Stuhl-Familie hat, der alles reparieren kann. Das ist doch super. Da kann alles kaputt gehen. Da repariert er wieder blitzschnell. So. Dann gehen wir wieder hoch malen, ne? Ähm. Ähm. Hygiene. Na gut. Da scheißt du mal drauf, also. Die Bilder, die... Da muss... Bei den Bildern müsstest du schon so stinken, dass die Farbe von dem Bild abperlt. Und das... Ja. Ist ja nicht so gerade. Der Bastler, ja. Ist ja ja nah dran, ne? Wie der Fernseher guckt einfach. Was? Wegziehen? Was weg... Hä? Was denn wegziehen? Hä? Oh, die schon wieder. Ich wollte das lesen. Die Fahrgemeinschaft von Rontex wird in einer Stunde. Ach, da muss ich auch arbeiten, ne? Kann das sein? Äh. Was mache ich denn noch? Am Unterricht teilnehmen, 14 Uhr. Äh. Joa. Ich... Die Arschhalte vom Motivall vom Stuhl klingelt schon wieder. Dings kann mal was futtern. Och Mann, die fressen immer und ich kann nicht. Ich hab auch Hunger. Ich will auch essen und kann nicht. Und... Das ist doch blöd. Die kann jetzt nicht rangehen, die muss fähren, sie gucken. So. Die Lissi, die kann mal... Halt! Die kann doch vielleicht mal Gronkh einladen oder so, wenn man die Freizeit hat. Ich mein... Das ist doch auch blöd, den ganzen Tag hier so rumzuhängen und rumzuglabeln und... Das ist doch der für eine feiste Karre hier. Naja, das geht wieder. Geht noch. Was macht denn der Drecks? Du kannst mal damit aufhören, kannst du den Napf mal wieder füllen, ne? Du sollst da nicht hingehen, du hast den Napf füllen, Alter. Geh den Napf füllen, sofort. Du musst doch eh gleich wieder los. Wieso gehst du überhaupt rein? Das ist... Äh... Ich verstehe, dass man noch nicht hier ist, ganz ehrlich ist es. Ist mir einfach zu viel. Zerstörung. Ja. Nö. Ja. Das ist mir blöd, wenn das mir nachlädt. Das ist doch kacke. Ja, aber kann die Modi noch machen. Außer Kuchen. Kann die vielleicht noch irgendwas lernen, was... Arbeitstechnisch schon ein bisschen gut wäre? Ich weiß ja nicht. Die kann ja eigentlich mal gucken, ob die vielleicht noch einen Zwischenjob kriegt. Das ist ein Zwischenjob eigentlich. Weil, Alter, wenn die Wochenende ja bloß arbeiten muss, ich mein... Pfff... Dann kann die doch locker noch einen Job machen. Damit sie die Wohnung vergrößern können oder so. Weiß ja nicht. Lissi... Na gut, Lissi ist fertig. Ja, Hunger. Lissi, den Futter mal warten. Alter, die Villa, die so groß hier einfach... Das ist ja Wahnsinn. Ähm, jo. Ja, bis Freitag. Wirtschaft. Ja. Das ist blöd. Hm. Kann sie ja nicht. Ja. Geh doch mal ans Handy, Alter. Das ist doch krank, ey. Ganz ehrlich, ey. Das ist so nervig. Kann sich um die Wofis kümmern eigentlich. Pass. Filetsteak von Feinsten. Fundi voll vom Stuhl. Zwicklmoto hat gehört, dass so eine...